In diesem Video möchte ich dir mal so die 5 wichtigsten NFT-Spiele vorstellen, die 2022 auf den Markt kommen und jetzt schon die gesamte Spielebranche verändern. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde und auch für jeden Investor eine Überlegung wert. Denn die Spielebranche, die macht wirklich feste Schritte in die Richtung der gesamten Krypto-Industrie. Ich wünsche dir von daher ganz viel Spaß mit diesem Video und natürlich auch ganz viel Erfolg mit diesen Informationen. 2022 könnte das beste und explosivste Jahr für Krypto sein. In meinem Wochenbericht stelle ich dir deshalb wöchentlich die lukrativsten Projektstarts vor. Zudem auch noch Low- und Micro-Care-Projekte, also richtige Altcoin-Perlen, die du nicht verpassen solltest. Ebenso Gaming- und NFT-Meterversen mit 100 Mal Potential und vieles mehr. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Das erste Spiel, das ich dir vorstellen möchte, wie soll es anders sein, ist Illuvium. Dieses NFT-Spiel wird derzeit von vielen Spielern, mich natürlich eingeschlossen, mit Spannung erwartet. Illuvium hat enorm viel Hype-Potential, vergleichbar mit dem Hype um die Pokémon 3. Und das liegt eben daran, dass es sehr viele Ähnlichkeiten dazu hat. Du kannst das Spiel absolut kostenlos mit dem Zugang zum Startort beginnen, an dem du dann die Möglichkeit hast, die Illuvien, also das sind so die Kreaturen darin, der Stufe 0 zu erhalten. Und der Zugang zu den Orten mit Level 1 bis 5 ist dann kostenpflichtig. Wenn du dann deine Illuvials auf Stufe 0 entwickelt hast, kannst du sie verkaufen. Und für das verdiente Geld dann eben Zugang zu den Orten der Stufe 1 bis 5 erhalten. Oder du kannst dir das Geld auf deine Wallet auszahlen lassen. Das liegt ganz bei dir. Meiner Meinung nach ist Illuvium eines der vielversprechendsten Spiele unter den besten NFT-Spielen. Und definitiv einen Blick wert. Den Illuvium-Token, also der ILV-Token, der im Spiel dann aktiv eingesetzt wird, den kannst du verdienen, indem du dann täglich Quests erfüllst und auch verschiedene Gegenstände und auch Artefakte auf dem Marktplatz im Spiel verkaufst. Sobald dann endlich dieses wirklich vielversprechende Spiel auf den Markt kommt, kann ich mir wieder eine große Nachfrage nach dem Illuvium-Token vorstellen. Denn der Andrang dürfte ziemlich groß sein, da die Leute ja in diesem Spiel mitmischen wollen. Die wollen entwickeln, die wollen kaufen, die wollen tauschen, die wollen Sachen machen. Natürlich vorausgesetzt, dass das Spiel auch Spaß macht. Aber ob du dann in den Token investierst, der sich jetzt, wie du sehen kannst, sehr gut reguliert hat, wieder in so einer richtig guten Buy-Area ist, ob du dann da rein investierst, musst du natürlich selber entscheiden. Denn es hat dennoch immer noch einen Market Cap von 500, aber full deluded ist es denn dementsprechend bei schon über 7 Milliarden und es sind gerade mal 6% der Token im Umlauf. Also von daher musst du natürlich selbst überlegen, aber ich kann mir mit dem ganzen Hype um die ganzen Play-to-Earn-Spiele, um die NFT-Spiele und vor allem Illuvium als einer der vielversprechendsten Projekte da draußen sehr viel Potenzial vorstellen in Zukunft. Und von daher natürlich überlegen, es ist keine Finanzberatung an der Stelle, aber schau einfach mal, ob das für dich lukrativ werden könnte in Zukunft. Ich denke, ja. Eines der Top-NFT-Spiele mit großen Chancen, seinen wahren Wert im Laufe der Zeit zu beweisen, ist Big Time. Die Besonderheit dieses Spiels ist, dass Big Time komplett auf das Pay-to-Win-Modell verzichtet. Es gibt zwar Spielfortschritt, aber es wird nicht möglich sein, ihn zu kaufen. Du kannst ihn nur erhöhen, indem du eben das Spiel spielst. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist denn dann die NFT-Komponente in diesem Spiel? Naja, ganz einfach. Es sind die Skins, also die Gegenstände, die keinen Vorteil gegenüber anderen NFT-Spielern bringen. Big Time ist im Großen und Ganzen ein Action-Rollenspiel, in dem du im PvE-Modus mit zufälligen Spielern oder Freunden spielst, um Spielefortschritte zu erzielen und auch einige von den gerade genannten NFT-Gegenständen zu erhalten. Big Time ist also definitiv ein Spiel, das man im Blick haben sollte. Das nächste Spiel, das ich dir empfehlen kann, das ist ein weiteres Action-RPG-Game. Allerdings eben für mobile Geräte. Das Spiel Guild of Guardians, das kann kostenlos gespielt werden. Außerdem wird es auch möglich sein, Gilden zu kaufen. Das heißt, Spielegemeinschaften, die es dir ermöglichen, in einem kooperativen Modell zu spielen. In diesem Spiel ist es durchaus möglich, ohne eigenes Geld zu investieren, zu spielen. Du kannst nämlich mehrere kostenlose Helden nehmen und sie miteinander verbinden. Auf diese Weise machst du aus mehreren einfachen Helden einen einzigen, der jedoch seltener, wertvoller und auch mächtiger ist. Und du hast auch die Möglichkeit, deine NFT-Charaktere über die Blockchain zu verkaufen. Das Spiel wird ein Crafting-System für verschiedene Gegenstände im Spiel haben, die du dann auch verkaufen kannst. Ich kann mir bei dem Spiel, sobald es ordentlich an den Start geht, eine große Hype-Phase vorstellen. Denn das sieht wirklich schon sehr interessant aus und dürfte, weil es eben auf vielen mobilen Geräten funktionieren wird, auch viele Leute anziehen. Den GOG-Token, also den Guild of Guardians-Token, den kannst du auch bereits kaufen und der ist auf so Börsen wie FTX verfügbar. Das nächste riesige Spiel, das mit großer Spannung erwartet wird, ist Starglass. In Starglass wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt, was bedeutet, dass das Spiel eine hervorragende Grafik haben wird. Das Spiel ist ein riesiges Universum voller NFT-Gegenstände. Und die Besonderheit des Spiels ist, dass jedes deine Raumschiffe oder NFT-Gegenstände zerstört, gestohlen oder verloren werden kann. Im Gegensatz zu den anderen kommenden NFT-Spielen, die Anfang 2022 circa erscheinen sollen, wird dieses Spiel etwas später auf den Markt kommen. Es ist eben sehr umfangreich und da dauert das alles etwas länger. Aber die Spielegemeinschaft, die freut sich wirklich sehr stark darauf. Auch wenn Starglass noch etwas länger auf sich warten lässt, ist es dennoch empfehlenswert, den Token lange vor dem Start zu kaufen, um noch von den niedrigen Preisen zu profitieren. Und auch wenn man möchte, damit eben gleichzeitig die Entwickler bei ihrem sehr ehrgeizigen Projekt zu unterstützen. Für viele Leute da draußen ist Starglass etwas zu ambitioniert. Sie glauben nicht daran, dass die ganzen Features und Funktionen, die das Team verspricht, es letztendlich auch in das Spiel schaffen. Letztendlich weiß das keiner von uns und wir müssen abwarten und einfach hoffen. Aber ich für meinen Teil habe lieber ein Spiel, das versucht nach den Sternen zu greifen, als wieder irgendein dahergelaufenes 0815-Game, das wir einfach schon tausendmal gesehen haben. Das letzte Spiel, das ich dir für heute vorstellen möchte, ist Ember Sword. Es ist ein klassisches Multiplayer-RPG-Game mit PvE und PvP-Modi. Und die Entwickler, die folgen auch nicht dieser Pay-to-Win-Ideologie und die NFTs, die haben dann lediglich eine ästhetische Funktion im Spiel, haben aber ihre eigenen Eigenschaften. Nehmen wir einfach zum Beispiel an, dein Spielecharakter hat zum ersten Mal einen coolen Boss mit seiner NFT-Waffe getötet. Diese Information wird dann den Preis deines NFT-Gegenstandes erhöhen und ihn einzigartig machen. Außerdem hat das Spiel bereits Grundstücke in Städten und Dörfern als NFT-Eigentum verkauft. Und die Preise dafür, die haben wirklich dasselbe Niveau wie unsere Immobilien im echten Leben. Es gibt noch keine Token im Spiel, aber die einzigartigen NFT-Aspekte wie digitale Immobilien und In-Game-Gegenstände machen das Spiel ziemlich wertvoll. Die Alpha-Version des Spiels, die wird Anfang 2022 irgendwann auf den Markt kommen. Schreib doch an der Stelle mal deine Top 5 in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir doch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Ciao!